Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Erhard AG. Mein Name ist Alexander Korte und ich werde euch heute etwas über das Thema Autoabo erzählen. Ich werde euch erzählen, was es beinhaltet und wie es sich von einem herkömmlichen Leasing unterscheidet. Im Grunde genommen ist das Autoabo genau das Richtige für die, die gerne flexibel bleiben. Es gibt lediglich eine Mindestlaufzeit von drei Monaten. Danach kann monatlich gekündigt werden oder auf ein anderes Fahrzeug gewechselt werden. So kannst du das Auto ganz einfach an dich und deine aktuellen Bedürfnisse und an deine Lebensumstände anpassen. Dies ist außerdem hilfreich, wenn du dir ein neues Auto anschaffen möchtest, dich aber nicht zwischen einem Elektroauto und einem Benziner entscheiden kannst. Und im Gegensatz zu einer kurzen Probefahrt kannst du mit einem Autoabo das Auto ganz ausführlich testen und schauen, ob es in deinen Alltag passt, bevor du einen Vertrag über mehrere Jahre unterschreibst. Mit uns hast du einen persönlichen Ansprechpartner direkt in deiner Nähe. Wenn du also noch Fragen hast oder Unterstützung brauchst, sind wir jederzeit für dich da. Darüber hinaus hast du die Möglichkeit eine Probefahrt zu machen oder dir das Auto davor nochmal anzusehen, bevor du das Abo abschließt. Hier haben wir zum Beispiel einen gut ausgestatteten Seat Arona FR inklusive Navigationssystem, Virtual Cockpit, Achternstor-Leicht-Metallrädern und volle LED-Schallwerfern für 299 Euro pro Monat. Dieses Angebot gilt für einen Fahrer und über eine monatliche Laufleistung von 850 Kilometern. Für den Preis von 299 Euro bekommt ihr wirklich das volle Paket. Alle laufenden Kosten wie Versicherungen, Steuern oder TÜV sind bereits abgedeckt. Und auch Serviceleistungen wie die Inspektion oder die passende Bereifung anhand der Jahreszeit sind im Preis mit inbegriffen. Und um den Restwert deines Fahrzeugs musst du dir ebenfalls keine Gedanken machen, da bei Beendigung oder bei Wechsel des Abo's du ganz einfach dein Auto zurückgeben kannst. So, wir haben nun dein Interesse geweckt, dann melde dich bei uns und wir kommen uns um alles Weitere. So, wir haben nun dein Interesse geweckt, dann melde dich bei uns und wir kommen uns um alles Weitere. So, wir haben nun dein Interesse geweckt, dann melde dich bei uns und wir kommen uns um alles Weitere.